So Freunde, weiter geht's mit Tomb Raider. Wir haben in der letzten Folge hier einen ziemlich schweren Kampf gehabt. Den haben wir gewonnen, aber leider hat der Kerl, der auf der anderen Seite war und zu dem wir hinwollten, nicht gewonnen, der ist leider verstorben. Nun gut, ich würde sagen, wir suchen hier nochmal ein bisschen ab. Also noch ein paar Pfeile, ich glaube ansonsten gibt es hier gar nicht mehr viele. So, aber auch diese Pfeile wollen wir haben. So, die sind auch voll und wir gehen nochmal schnell hier zurück. Da ist eine Kiste, aber die ist auch voll. So, jetzt ist die gute Frage. Wie geht's weiter? Wo müssen wir denn hin? Mal schauen mal gerade, wir müssen da hoch in diese Richtung. Finden sie einen Weg in die Festung der Solari? Hm, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich da wirklich hin will. Also eigentlich würde ich ja viel lieber von der Insel weggehen. Aber wahrscheinlich müssen wir das machen, um letztendlich von dieser Insel wegzukommen. Gut, große Frage, wie geht's da weiter? Wie kommen wir da zurück? So, wie wir hergekommen sind, wahrscheinlich eher nicht. Ich denke mal, wir können hier einfach weiter. Ich hänge mich da jetzt mal dran. So, nee, so nicht. Mach das bitte wieder mal. Richtig, hier. Na, ich hab's nicht noch. Was? Geht schon wieder gut los hier. So, jetzt können wir hier rüber klettern. So, sehr schön. Hier gibt es doch bestimmt auch noch was zum Finden, oder? Da können wir hoch. Sieht zumindest so aus. Ich weiß gar nicht, vielleicht waren wir hier sogar in der letzten Folge schon. Aber das müsste eigentlich die Stelle sein, wo diese Leiter kaputt gegangen ist, oder? Komm, wir gehen nochmal gucken. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich sehe jetzt zwar keine Leiter von hier aus. Da kann man so schlecht. Ich hab leider keine ferngesteuerte Kamera dabei. Aber wir können auf jeden Fall hier hoch. Beziehungsweise, wir können natürlich noch was anderes machen. Einfach mal schauen, ob es hier was Wichtiges gibt. Da oben gibt es was Wichtiges. Da vorne das Ziel. Und das heißt, wir müssen da einfach nur mal hoch. So. Schön hier hoch spaziert. Ja, sehr schön. Da können wir auch weiter. Aber ich will mich hier erst nochmal rumschauen. Wir können auch hier auf die andere Seite. Da ist noch ein Fass, da müssen wir aufpassen. Und hier kommen wir nicht weiter hoch. Nee, wir kommen nur dahin. So, dann klettern wir mal hier weiter hoch. Ich glaube nämlich, da oben waren wir noch nicht gewesen. Wir sind da... Hey, da ist sie! Durchschnitt! Nein! Na, supergeil! Los, klettern, 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 klettern. Alter Schwede! Scheiße! Vielen Dank, mein Freund. Vielen Dank, mein Freund. Rath! Ja? Grim ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grim, du. Stur, Mistkerl. Es tut mir so leid, Ross. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche, näher heranzukommen. Kannst du mir noch mein Deck umgeben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Gut, gut. Oder auch nicht gut. Zumindest gibt der gute Rath uns jetzt ein bisschen Deckung. Wir müssen da weiter hoch. Wo sind denn diese Palastmauern? Da hinten. Okay. Ich muss kurz nachdenken. Wir schauen nochmal nach. Hat sich da was geändert? Ne, wir müssen immer noch in die Richtung. Okay. Nun gut. Ich denke mal, es bleibt nichts anderes übrig. Der N888RC nähert sich vom Fracht der Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich. Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Ross. Du gibst ihnen ein Signal? Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht es um keinen Piloten, Ross. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Ja, ja, das kriegen wir schon hin. Die Stimmen sind auch ein bisschen leise, Leute. Es tut mir sehr leid. Ich vergesse es jedes Mal ein bisschen anders einzustellen. Also zumindest im Verhältnis zu den Schussgeräuschen sind die Stimmen einfach zu leise. Ich meine, in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich auch so, dass ein Schuss wesentlich lauter ist als die Stimme. Aber hier im Spiel könnte man es doch eher anders gestalten. So. Da haben wir auf jeden Fall ein Lager. Und das heißt, hier wird gespeichert. Und wir haben schon wieder einen Fähigkeitspunkt zum Vergeben. So, Kategorien ansehen. Hm, was gibt es denn da Schönes? Das ist jetzt wieder die Qual der Wahl. Jede Folge der gleiche Mist. Kämpferupgrades. Jägerupgrades. Überleben-Upgrades. Ich glaube, gibt es hier was? Hier gibt es zwei Stück. Axtexperte. Versetzen Sie Feinden mit Ihrer Kletterachs einen tödlichen Heap. So, Ausweich-Konter. Weichen Sie einem Gegner aus. Stoßen Sie ihm einen Pfeil ins Klee und versetzen Sie ihm dann den Todesstoß. Ich weiß nicht. Ich bin halt irgendwie so, ich hätte gerne mehr. Auf Waffen. Also, das heißt hier, was gibt es? Das Einzige, was es gibt? Ne, es gibt das hier. Sie sind konzentriert. Haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen? Und das hier. Erfahrene Mörder. Schalten Sie Ihre Feine mit Finesse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Was auch immer da gemeint ist damit. Keine Ahnung. Da ist ein Messer abgebildet. Also, wahrscheinlich können wir uns da irgendwie anschleichen oder so. So, dann schauen wir aber auch nochmal beim Ersten. Und zwar bei Überleben. Da könnten wir die ersten beiden noch aktivieren. Überlebenswunst. Sie sammeln Sie zusätzliche... Ne, jetzt haben wir das schon gemeistert. Ne, haben wir gar nicht gemeistert. Sie sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltrohren. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden, Tiere und Nahrungsquellen aufzuspüren. Oder das hier. Klettergewandtheit. Verbessen Sie Ihre Kletterkünste, um sich schneller fortzubewegen und Sturzschäden zu vermeiden. Ich würde fast sagen, wir brauchen bessere Belohnung. Ja. Haut drauf. Sehr schön. Dann haben wir das auch gemeistert. Und wir können wieder zurück. Er hat jetzt gespeichert. Und es kann direkt weitergehen. So. Diese Richtung. Wir wollen den Bogen haben. Gut, gut. Und da oben waren lauter Feinde. Ich hoffe, dass hier Ross mir ein bisschen hilft. Er hat ja gesagt, er gibt mir Deckung. Ich bin mal gespannt, ob er das auch wirklich tut. Guck mal, da geht es ja aber weit runter. Ei, 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 ei. Warte mal, wir schauen noch mal. Da vorne ist das Ziel. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Wir müssen da wirklich geradeaus weiter. Gut, dann werden wir das auch machen. Sieht ja alles ziemlich ruhig aus. Aber ich finde, so leid mir das tut, Leute. Die Grafik ist einfach abartig genial. Ich finde es saugeil. Klar, da hinten verschwindet alles so ein bisschen im Schatten. Also nicht im Schatten, sondern im Nebel. Aber die Grafik ist doch geil. Ich hoffe wirklich auch, wenn die neue Konsolengeneration rauskommt, Ende vom Jahr, dass da auch die PC-Grafik nochmal einen richtigen schönen Schirm bekommt. Denn im Prinzip, auch wenn die Grafik hier geil ist, Trysis ist schon vier, fünf Jahre alt und es sah schon genauso geil aus. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig. Aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Ganz großes Ding auch. Keine Sorge. Ich decke dich den ganzen Weg. Sehr schön, mein lieber Russ. Muss mal gucken. Nicht, dass wir hier wieder überall vorbei rennen. Nö, aber hier gibt es scheinbar nichts. So, und wie kommen wir hier weiter? Da kommen wir hoch. Schön, vorsichtig, Lara. Gibt es hier was zum Einsammeln? Ich höre hier irgendwelche Geräusche, aber ich glaube, das ist hier nicht das, was wir brauchen. Nö, hier gibt es jetzt auch erstmal nichts. Außer einen Weg. Eine Kiste, mit der wir nichts anfangen können. Okay, wir kommen hier direkt weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe gerade so ein bisschen die Orientierung verloren. Wo ist denn diese Brücke? Ist das hier über uns, oder ist das wo ganz anders? Warte mal. Ich springe da jetzt erstmal drüber. Lara, ich habe sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Okay. So, wir sind unter der Brücke. Da, wo wir hin sollten. Weiter geht's. So, jetzt hier rüber auf die andere Seite. Schnell, 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 Lara. Oh, oh, jetzt beginnt die Party, Leute. Leute, da steppt der Bär, Leute. Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war echt knapp. Schön vorsichtig. Ich muss mal aufpassen. Ich habe ja die Hoffnung, dass er den jetzt hier erledigt. Aber ich glaube... Halt, nicht bewegen. Sie sehen dich. Warte. So ist recht. Ja. Jetzt los. Okay. Halt, warte. Hab ihn fast. Ja, da ist immer noch einer. Sehr schön. Da ist noch einer. Ross, siehst du den? Halt, warte, warte. Ha, 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 ha. Lara, der Weg müsste frei sein. Okay. Da können wir jetzt gemütlich auf die Brücke raufgehen, ne? Ich denke, damit sind wir gefüt. Nein! Ich spreche dir das Geniss. Ergieb dich! Wow. Nein! Nein! Alter. Gerade noch mal gut gegangen hier. Gestürzt. Ob sie tot ist? Besten. Steh nicht auf. Lara, es sind zu viele. Er schnittet mich doch. Ja, super. Also mal hier wieder mal. Extrem schnell. Scheiße. Nein, nein, nein. So, und wir können nichts anderes tun, außer zu rennen. Ich habe gar keine Ahnung, ob wir hier richtig sind oder nicht. Aber wie schon so oft. Tja, sind wir abgestürzt und leider ums Leben gekommen. Aber ich glaube, das war der richtige Weg. Wir hätten nur ein bisschen schneller sein sollen. Also noch mal von vorne. Und noch mal springen. Und hier wieder auf das andere Dach. Und da vorne ist das. So. Kletter hoch, Lara. So muss es sein. Okay. Ich gehe jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hole sie raus. Und ich komme zurück. Ersprachen. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Weiter, Lara. Und pass auf die Fackel auf. Lara, pass gut auf. Irgendwie in irgendeiner Höhle sind wir jetzt. Und es sieht nicht gut aus, Leute. Es gefällt mir nicht. So, da haben wir eine kleine Ratte. Ähm, hallo. Wo ist denn mein Bogen hin? Haben wir jetzt die ganzen Sachen verloren, oder was? Nee, Leute. Nein. Nein. Mein Bogen. Meine Maschinenpistole. Alles weg. Kann nicht wahr sein. Scheiße. Und hier haben wir diese komischen Kerzen, diese komischen Zeremonieteile da, was auch immer es sein soll. Diese obskure, was auch immer es ist. Retten Sie die Gefangenegrude, Endurance. Ja, ja. So, was haben wir dann hier? Wir haben hier auf jeden Fall zwei Wege. Einmal geht es hier weiter runter. Und einmal geht es da weiter hoch. Keine Ahnung. Ich schaue mal auf die Karte. Wir sollen letztendlich in diese Richtung. Okay. Ich gehe erstmal hier runter. Und als ob ich das geahnt hätte, gibt es hier nichts. Ja, doch so ein bisschen Obst und Gemüse, aber das war es auch schon. Wir müssen hoch. Wo ist jetzt dieser Bogen? Habe ich da irgendwas verpasst oder was? Ist mir das aus der Hand gefallen? Hat die Lara sich dazu geäußert? Hat sie eine Stellungnahme gemacht? Ich weiß es nicht. Mir fehlt dieser verdammte Bogen. Nee, oder? Was geht denn jetzt für ein Film, Leute? Ich habe eben gerade nichts anderes gemacht, wie ich eben schon gemacht habe. Lehm ich an mein Mausrädchen gedreht und zusätzlich habe ich sogar die Tasten gedrückt. Eins, zwei, drei. Und das ging nicht. Definitiv nicht. Ihr könnt jetzt wieder schreiben, Kryo ist der größte Depp auf Erden. Bin ich auch, aber ich habe es wirklich gedrückt. Naja, drauf geschissen. Was mache ich mir Gedanken über das Geschwätz von gestern? Der Bogen ist wieder da. Er funktioniert wieder. Und es kann weitergehen. So. Der einzige Weg ist der Weg nach oben. Lara zieht von selbst den Bogen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Meine Brüder, hörten mich an. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier, hier sind wir die Solaris. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr seht euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnten der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Ibiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprengt jetzt zu uns. Na toll. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sie. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht. Aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder. Unsere Königin wird gleich zu uns sprengen. Sprengt uns, Ibiko. Sam, nein, 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 nein. Es tut mir so leid. Sieh mich an. Sieh mich nur an, okay? Sie, sie ist die eine. Schon bald, meine Brüder. Bald sind wir frei. Bringt sie in den Thron, Sam. Dein Kampf ist vorbei. Ich sehe keine Leichen. So, wir sind in einem See aus Blut. Und ich glaube, wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten, denn die wollten eben runtersteigen. Ich würde sagen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und momentan hier in diesem Blut ist es sehr schön. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.